ich weiß nicht ob der weg jetzt richtig ist ich weiß wir können da jetzt das dungeon item holen aber wir brauchen hier das dungeon item okay dann machen wir erst das dann schon weiter okay überredet lasst mich runter lasst mich raus hätte sein so erfährt einmal rüber bitte eigentlich komplett daneben gesprungen aber reichen das an das reicht doch nie im leben wir brauchen noch einen dritten affen kann ich doch bestimmt alles runter schießen hier kann ich nicht lass mich mal kurz auf die karte gucken also ich gucke gerade auf dem gamepad auf die karte wir sind grad da stimmt können wir da nicht weiter können auch in den einen raum wo ich da grad war doch bestimmt weitergehen wartet mal lasst mich mal kurz durch wir brauchen ja auch mindestens drei affen ich wüsste jetzt auch nicht wo der dritte affe sein könnte gucken einfach mal wurde nichts freigesprengt also man sieht hier an dass ich überhaupt nicht mehr weiß was hier in diesem tempel abgeht wie es überhaupt hier weiter geht und da die affen mit nein die kommen da nicht mit ich glaube weiter ging es dann nicht so wie ich gesehen habe aber vielleicht können wir da ein affen gleich ist er ja ein affe noch ich gucke mal kann man denn da hin oder ist das abgrund ist der abgrund okay ich dachte ich kann mich daran erinnern dass es hier drei affen gab als zwei reichen noch nicht aus lass mich mal überlegen sei leise so dämliche piranha pflanze ist für mich jetzt die piranha pflanze ja Also da oben sieht man, das war ja der Raum eben gerade. Da kommen wir nicht weiter, weil uns das Item fehlt. Ich mache mal, ja, ich mache mal einfach im Nebenraum weiter. Vielleicht die andere Tür, da müsste ich erstmal... Wobei ich da auch für die, ähm... Na, wie heißt das? Da bräuchte ich ja auch eigentlich für die, ähm... Das Dungeon-Item. So, hier ist ja nix, ne? Nein. Gut. Ähm... Wie gesagt, ja stimmt. Da drüben wollte ich das ja noch freischießen. Dumm, 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 dumm. Jawoll. Hätte ich das mal machen müssen. Dunkle Räume. Ah, da ist auch schon der dritte Affe. Was siehst du noch? Das hatte ich noch in Erinnerung. Ich habe aber das Gefühl, dass es hier ein bisschen gefährlich werden könnte. Ach, ja. Aber dafür brauche ich dich doch auch. Ähm. Ah, hier ist ein kleiner Schlüssel. Wären wir selbst weggeschleudert, wenn wir an den Seiten entlang gehen würden? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ach. Okay. So. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Danke, Kamera, dass ihr mich vorwarnt. Du da oben, komm mal runter. Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Komm, auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe hier. Mein Fangstoß. Mann. Dabei hatte ich doch den High Ground. So, du bist frei. Was hattest du denn hier drin? Herzen. Gut, dass er nicht den, äh, anderen Modus genommen hätten. Dann hätte ich schon, äh, Wärm war, glaube ich, äh, Geschichte gewesen. Weil da hätte der Schaden jedes Monsters doppelt, äh, jeder Schaden wäre doppelt gewesen. Und mit der momentanen Steuerung habe ich echt zu meiner, sagen wir mal, Schwierigkeiten. Ich könnte auch auf dem Gamepad umswitchen. Habe ich überhaupt einen? Ja, ich habe, müsste einen haben für die Wii U. Ähm. Aber ich tue es nicht. Hahaha. Gut, haben wir hier alles. Da ist jetzt nur die Vase. Ich brauche dringend den Kompass. Falls es einen Kompass gibt, weil meistens in den ersten Dungeons, ähm, gibt es, äh, Kompasse nicht. Ist auch interessant, weil, ähm, Oh. Da ist der Schlüssel. Doch dann... Hallo. Äh, hey. Aua. Ja, werde ich doch. Ja, geht doch. Und wir bräuchten eine Bombe. Hey, ihr zwei. Oder wie? Erstmal du. Hier gibt es Hapa Hapa. Okay, das wollte er ja nicht haben. Dann nimm noch die Chili Torritos. Die schmecken gut. Die haben eine schöne Schärfe. Gut, grüßt du gut. Bam. Hat dir wohl nicht so geschmeckt, oder es war dir viel zu scharf. Gibt mir den kleinen Schlüssel, denn ich brauche den so sehr. Sogar vier Affen sind es. Da merkt man, dass meine Erinnerungen, äh, stark zurückgegangen sind an das Spiel, ey. Und ich nur noch das grobe Abenteuer, ähm, im Hinterköpfchen hab. Schade. Ja, dann, ähm, brauchen wir jetzt nur noch die Kiste. Die können wir ja jetzt von hier aus freisprengen. Ja. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Link, du bist ein richtiger Experte. So, nochmal. Und diesmal richtig. Dankeschön. Das los. Uh, ein Herzteil. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt uns auf den Weg machen und zum Endboss gehen. Ja, ganz ruhig, Jungs und Mädels. Ich glaub, das sind nur Mädels, oder? Ein Mädel, drei Jungs. Wie immer. Gut, dann, auf geht's. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Zack, zack. Man nennt mich auch Tarzan, der Hate der Wälder. Oder des Dschungels. Je nachdem. So, dann wollen wir mal uns mit Papa-Äffchen anlegen. Da legt es wohl ein bisschen drauf an, ja. Okay. Hey, schon heute getanzt? Oh, warte mal, ich, ähm, ich muss mich mal um deinen Po kümmern, der sieht sehr komisch aus. Wo ist er denn da? Hm, das bringt nichts an zu visieren. Hat er ihn getroffen? Nein, natürlich nicht. Oh Mann, ich bin zu dämlich. Das meinte ich mit der Steuerung. Zack. Schnauze. So, zack, riss er ihn auf den Po noch. Zack, jetzt klappt es. Sie haben eine leichte Entzündung am After. Sie sollten sich dringend behandeln. Das sind von meiner, äh, sauberen, ähm, Schwert, äh, Schwertschnittkur. Kostet sie auch nur 500 Euro pro, äh, Stunde. Ja, das kann sehr wehtun. Hallo, na? Huch, was ist denn mit dem Bumerang los? Ich bin die Fee des Windes, die in diesem Bumerang lebt. Dank dir wurde ich von den bösen Mächten befreit und konnte meine wahren Kräfte wiedererlangen. Bitte verwende diesen Bumerang, in ihm wohnt all meine Kraft inne. Wenn du Kraft in diesem Bumerang sammelst, bevor du ihn wirfst, erreicht er sicher sein Ziel und wird dir sicher sehr nützlich sein. Sturmbumerang erhalten. Ein magischer Bumerang, dem die Kraft der Windfee inne wohnt. Lege ihn im Item-Bildschirm auf Y, X oder R. Mit Hilfe von Z, R kannst du bis zu 5 Ziele anvisieren, an denen ein gelbkreisender Dreieck erscheint. Na, zumindest die Affen sind jetzt glücklich. Also gut, dann suchen wir jetzt weiter. Du hast ein nettes neues Spielzeug und wir haben noch nicht alles gesehen. Ja, also. Dann wollen wir uns auch gleich neu ausstatten. So, anvisieren. Zack. Na, das war noch nicht perfekt. Das war immer noch nicht perfekt. Na, diese Tür muss mal ordentlich geölt werden. Was ist denn da los mit dem Mechanismus? Na, geht doch. Na, geht doch. Na, geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020